Willkommen zu Dota 2. Ich spiele den Bloodseeker. Uh, was ist denn hier los? Es ist in der Bag. Wie man hat Probleme, fucking Hotkeys all changed. Bei mir war letztens, bei mir ist alles wie auf Deutsch gestellt. Ohne, dass ich das selber geändert hätte. Bei mir war es mit letztens irgendwas komisch. 30 Sekunden. Mit, äh... Oh, es knarzt in die Tür oder so. Let them come. Let them come over. Before we engage. Ah, be careful. Bits bangers. Ah, we got some harassed, that's nice. Okay, ihre Rune haben wir nicht bekommen. Die Lane ist ganz okay, aber ich hab mir schon gewünscht, dass wir natürlich auch eine Rune bekommen. Mag doch, dann wenigstens zwei bekommen. Ja, wird auch gutes Harass rausbekommen, wie man sieht. Bristleback halt. Bristleback müsste eigentlich ein Held sein, der so prinzipiell von diesem Duel mit der Rune profitiert, weil es ein Held ist, wenn der nicht unter Druck gesetzt wird. Dann ist er eigentlich recht stark. So. Also, prinzipiell würde ich mir so denken, dass er davon ganz gut profitiert. Naja, wenn ich aber nicht halt ungünstig getroffen werde. Deswegen hab ich mir am Anfang ja schon jetzt hier einmal die Post mitgenommen. Aber das kann am Anfang schnell passieren. grad gegen die TA. So, ein bisschen High Ground Vision von der Seite. Lassen wir mal den einen Melee hier vorgehen. Und ziehen die Creeps her mal rüber. Also, das und das will ich begönnen. Ein bisschen abgelenkt. Ein bisschen abgelenkt. Ich bin das First Blood bekommen, das ist gut. So. Ich bin auch mal dann Curry als nächstes. Was die Maus macht, wird gefragt. Oh, die hakt noch ab und zu. Aber irgendwas ist auch allgemein komisch. Auch mit mir tatsächlich. Ich spiel irgendwie so. Ganz komisch. So. Führen wir die mal ein bisschen spazieren. Die EA macht genau das gleiche. Ah, sie hat ja wieder in den Tower geführt. Ah, keine gute Idee, da rein zu kämpfen. Wie man gesehen hat, kriege ich viel zu viel Schaden dadurch. Was macht ihr mit dem Kuril da oben die ganze Zeit? Okay. Shadow Shamanen. Shadow Shamanens mit. Das ist doch nett. Das ist doch nett. Ganz gut. Das ist doch nett. Wir sehen mal die Ruder. Die Rune. Die Rune. Die Rune. Die Rune. Die Rune. Die Rune. Ah, ist er gerade nach Hause gekommen. I'm coming bottom, let's kill Bristleback. Just wait for me. Wait, 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 and then we go. Let's use... I failed to jump. Yeah, next time just wait. Whatever. Are you gonna use the shrine? I thought you were close. I thought I would make it, but... Yeah, whatever. Worked out. So we're fine. Alles gut. Your middle tower is under attack. Gerade hier ein bisschen das Fenster auf, weil es so warm ist in der Wohnung. Hinten nervt das. Ah. Isn't that dead there? For the temple. Oh. 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 haste. Are you already? Ah, this is just K-Mid. Going back to base. Er kann sein Mid and take some XP. So. Da war rechtzeitig wieder das Fraction fertig. So. So. You can farm some, I'll go into the jungle and rotate into the lane. You can kill both of the Black Bottom if somebody else comes for some additional damage. You can just regen up and kill them. So. 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 I guess. Like the난ashut. Whiteсь Chairman's Bottom. Maybe we can kill them. Maybe we can bait them into a fight. Ja, 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 ja. Sie sehen mich hier. Ja, ich bin in der Main Ward oder so. Ja, ich bin wahrscheinlich in der Ward. R.T.P. Top? Let's hide. R.T.P. Top? Good job. Oh, mal heim. Vielleicht mal ein T.P. einsacken. Sehr schön. Wahrscheinlich hier oder irgendwo. Let's see. Ja, ja, ja. Dann wäre es nicht gereicht. Warum wärs denn nicht? Das Team ist Rüstung jetzt auch nicht so schlecht. Hm, ich kann ein Risiko eingehen irgendwie. Weiß nicht genau, ob der Ulti auf Codown war oder auch nicht. Was? Lig次 an... Is? teaching damage? Se,iet Meyermaschinen, dann dürfen die Mütter anzukn Sie haben aber chartiert. I'm on my way top, got OT. I might get bottom tower. 2 bottom, TA and Visage, and Shadow Shaman, there are 3 people bottom. Ok, I can help you defend, in a few seconds I'll just heal up. Only TA at the moment, but probably some others. Are TP in? Yep. Just go on anybody. Well done boys. Is TA still here? No, she can beat. Oh! He's right up! Ah! Got that! Nice. Nice. TA is coming. Was soll den Tower denein? Wo denn? Unten? Was hier oben? Deneite Tower. Ist auch einen anderen gemeint. Ach hier oben. Den meint ihr wahrscheinlich in der Mitte vorhin. I'm very strong at that moment. I have Radiance soon-ish. It's really good against TA, Visage. Yeah, yeah, yeah. Yeah, we're in no hurry. We are ahead. We have a good line-up. I'm gonna pick up my Relic and then maybe I move mid again. Jetzt mit Crystal Maiden, Aura und Aquila schaue mich halt auch echt schnell. Ach komm. Can you terrorize her? Can you terrorize her? Nice. She dead. Go for tower. Nice. Well done boys. I have the Bloodseeker Mitte wieder für mich entdeckt. I'm gonna go back to base. I'm out of mana. I pick up my Radiance and then look for another kill. So. I think I'm gonna go back to base. Okay. 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 I can see here Crystal Maiden. Ahh! We do too much damage. So... Let's get a tier 2 top while we're here Das 8 Rüstungstalent ist echt gut Das ist so viel Ich könnte mir jetzt schon vorstellen, als nächstes ein BKB zu bauen oder Aghanims Eines ist ein bisschen aggressiver, aber so wie wir gerade Wollen wir eigentlich das Spiel dann beenden, würde ich mir denken Let's take the 20-minute runes Secure them to the top So, der Shadowsharmon hat nix TA hat nix You can kill TA She has no escape move, she has nothing If she shows up Blut is in the air Unstoppable I don't think it's illegal, it's legal Too hard Ich meine nicht, dass sie sonst jetzt überlebt hätte, aber das hat eine echt fiese Kombo Ist ein bisschen gemein ist das schon Ist wie Glimpse mit Rupture I can take tier 2 mid and then Roche Gerade dann das Talent zusammen mit den Lebenspunkten 8 Rüstung 800 Rüstung 8 Rüstung und 300 Lebenspunkte zusammen Ist halt ne Menge Ja Das ist ein xp Durch die nice Not yet Not yet Not yet Wollte ich es ein bisschen auf sie abladen Und sie hat einfach gleich Shadowrealm angemacht Would have been nice if you could have tanked some of the hits before you went to Shadowrealm Yeah, nevermind Just for the next time Panic Shadowrealm Let's go for that tier 2 again They have no Juggernaut ulti I got two Ruptures And then we can take Roche I think you can go Roche Maybe not Let's just take tier 2 first Then have more time for high ground Cause they go count really Defender before Juggernaut ult They have nothing Nichts haben sie Was noch richtig abschätzig sagen It's not time yet I'm going for Orchid next Maybe on TA or something Could be good I'm going for that tier 2 I'm going for that tier 2 And then I'm going for that tier 3 That tier 3 Are you ready? That tier 3 Actually we can just push a high ground while we're here Noch gar keinen zwei ruptures, hab ich ja völlig falsch gesprochen Let's get back now, let's get back and take Roche now Ah, der ist slow, goddammit Oh, they see me right here, here they see me, somewhere, no wait, yeah, somewhere around here I think this is the ward that can actually, hmm, I'm starting, oh they see me right here at Roche as well Probably a T8 trap in the Roche pit Uh, runes guys, runes, runes Ah, they take the bottom once Can we help you here? Ah Maybe we can get somebody here Amazing what you found laying around I TP bottom Juggernaut is here Can I use this ult? Let's go Einfach nur ihm Blood Rage geben sollen Einfach nur mir auf den Sack zu gehen Come here, I'm killing Warded up there I think Let's take Roche now Juggernaut nur ult and dead Let's take Roche Let me take the Illusion rune It's good for pushing out the lanes while we take Roche Well, I'm pretty squishy still against him If someone could tank him We're coming We're coming Am I or are you gonna take it? Ah, let me take it Sorry We have more escapes I think Okay, now let's just siege the towers Not yet I think they can defend us pretty well Yeah, but it's not getting easier It's just like our line-up Just slow siege them Um Okay, so where we're starting to attack him? Um 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 Ja, wir haben noch eine Buy-Bag. 3 ist tot. Ja, das ist toll. Ja, ich bin so sicher. Es war nur Bristelbeck alive, er kann nichts tun, aber ich konnte nicht mehr so viel interessieren. Ja, du kannst den Wart und du bist gut. Wenn du Creep bist, ist alles klar. We saw her shit out in 5, though, in Jaggington. Here's Gim. Yeah, and can't rupture him, because he has Blade Meld and he'll just kill me. So, BKB. I'll get Bluetooth Orb next. Take Ruiz, hoppack. Hups, I'm out. Oh, take that. Amazing what you found, Blade. I'm ready. For the twins. Es gibt drei oder vier Menschen, wo Shadows sind. They're all top Careful Don't go Okay, let's push mid No Shadow Shaman, no Visage Okay, they have wards around here somewhere Just gonna pick something up from the secret shop Be right back Just a second So Let's go Together Lock for one lane, maybe mid Ah, their defense is annoying We don't have good tower pushes But probably is that we don't have a push hero Yep But we're still getting ahead of them, so We just found the map Yeah, yeah, yeah If we kill again, then we should go, actually Did we take a roach timer? Or did somebody? I didn't Me neither But it should be like Four minutes left So So I was wondering if there was a reset of the medallions There was a reset of the medallions Nope I got my Lotus Op in like two minutes This makes pushing much easier for me We take the 35 minute runes and then let's see how What the situation is Yep, yep Suchen wir gleich mal, wie Wie Rohstein aussieht Nach den 35 Minuten runen Ich will also auch mal demnächst ein Schrein mitnehmen können Okay, be ready for runes So Someone go To the bottom Can you check roach? On my way Wie nett ist das so ein Spiel mit Kommunikation, ne? Wahnsinn Should be up soon So we just wait for the next Roshan and then We can end this, probably Can you check? Can go Müsste jetzt der Balkon da sein Nein, nicht raus da hin Warten pick up die Illusion wounds Okay Ich schicke eine Illusion wound gleich mal bei Rohstein rein Hörst hab ich jetzt gemacht Blood, gold It's not time yet Roche ist ab Guys, let's tweak a roach I'm not ready I'm not ready I'm not ready I'm about to find out what happens after you die So, jetzt können wir uns mal den Tower holen hier Okay, I just heal up Okay, let's push this Does he do one? Does he do one? Okay, let's go Unsere Gem Das war der Rapture Mein Rechner We need a tower finally here. Jackman is still dead. Ich glaube, das wird auch in Handys sein. Ich bin einfach nur für die Quicks. Go, go, go! Ich bin noch nicht mehr. Kurze Cooldown auf Blood Riot. Das ist noch ein Juggernaut, oder? Oh, kill'em, kill'em! Sick! Nooo, everyone dead! Finally! That was hard work! Go bottom, clear the troops and go bottom So, because I didn't have an Aquila anymore, that's what my mana region is a bit too much. Remember enemy and bottom barracks? Remember destroying it just now? What a wonderful memory. Ah. Oh. Okay. Crack, crack, crack. The enemy's top barracks destroyed. The enemy's top barracks has fallen. You now have mega creeps. Under attack. Good. Go. Boom, gag, dang. Woah, flag guys. So does it hit the.. Well played guys. Basti Untertitelung des ZDF, 2020 angenehme spiel am ende vor allem hier den slag kommunikation ist immer gern gesehen in diesem spiel da freue ich mich sehr drüber und man merkt ja auch wieder einfach das besser funktioniert wie man gleich bessere moral hat wie man bessere abstimmung hat im team bessere strategie kann man schon so machen der anfang ich ein bisschen besser spielen können gegen ta finde ich bisschen die timings besser von blood rage dass ich dann den lasten denais das besser hinkriege und so hat sie mich schon ein bisschen unter druck gesetzt aber es ging noch aber es geht besser halt allgemein spiele ich ganz komisch das so weiß ich dass daran liegt dass es hier so brütend heiß ist in meiner dachgeschosswohnung und ich irgendwie nur so langsam im denken bin so es fühlt sich alles so mühsam an ich klicke irgendwo hin und dann ist alles anstrengend wirklich anstrengend zu spielen ich weiß gar nicht warum so von mir aus aber deswegen spiele ich dann auch manchmal ein bisschen komisch ich weiß nicht genau was da los ist naja ich muss was zu trinken das hilft auf jeden fall bei so einer hitze und dann geht es hoffentlich gleich weiter mit auch wieder einem guten spiel schauen mal